Grüß dich. Servus. Heute hast du einen wirklich guten Tag erwischt. Komm gleich mit, dass ich aufs Feld. Hast ein Geek. Heute sind die Mädels da. Die Tochter Jana, die kümmert sich bei uns ums Feld und die Agnes macht das Qualitätsmanagement. Wir sind gerade mitten in der Erntezeit. Schau her mal, da ist ein kleines Gurkel mit einer Blüte und da ist ein großes. Das kann man eigentlich schon ernten. Wir sind ein Bierbetrieb. Das heißt, wir verwenden nur natürliche Spritzmittel wie pflanzliche Öle. Somit bleibt der Boden gesund und die Artenvielfalt erhalten. Super. Also mich freut es, dass die Jungen mit der Begeisterung an der Sache sein. Und ich glaube, das schmeckt man auch.